Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch nochmal Top 5 Outfit Glitches zeigen. Und ja, da würde ich sagen, lass uns auch schon direkt losstarten. Im ersten Glitch zeige ich euch, wie ihr dieses Outfit mit dem Bodysuit bekommt. Dafür begeben wir uns zunächst im Bekleidungsladen, gehen dann runter zu dem Bodysuit. Und dort kaufen wir uns dann einmal den Elektro Bodysuit. Ihr könnt das auch mit dem leuchtenden Bodysuit oder mit dem Neon Bodysuit machen. Dafür bekommt ihr dann jeweils eine andere Farbe. Also die Jogginghose bekommt dann jeweils eine andere Farbe. Für den Elektro Bodysuit bekommen wir dann hinterher die schwarze Jogginghose. Haben wir uns die dann gekauft, begeben wir uns dann einmal zum Friseur. Dort beim Friseur angekommen, gehen wir einmal zu den Kategorien, gehen dann zu der Kategorie Brust. Und dort wählt ihr euch einfach irgendwas aus. Was ihr da auswählt, ist völlig egal. Wir gehen dann wieder zurück, gehen dann zu den Kontaktlinsen, wählen uns dann irgendwelche Kontaktlinsen aus. Und wenn ihr jetzt aus dem Menü rausgeht, werdet ihr sehen, dass wir jetzt die Jogginghose auf dem Bodysuit draufgeglitscht haben. Wir speichern einmal das Outfit ab. Anschließend gehen wir dann zu den kugelsicheren Helmen, kaufen uns dann den schwarzen kugelsicheren Helm. Wir begeben uns dann zum Teleskop. Wir rennen am Teleskop dann vorbei. Es ist beim Stolkhaus nach rechts, öffnen das Interaktionsmenü. Gehen auf Stil, wählen uns das Outfit aus, was wir uns gerade abgespeichert haben. Dann wird der Helm auf das Outfit draufglitschen. Ist auf jeden Fall perfekt. Das Outfit speichern wir noch einmal erneut ab. Gehen dann wieder an die Kasse zu dem Bodysuit. Dort kaufen wir uns dann wieder den Elektro Bodysuit. Wir geben uns dann wieder zum Teleskop. Wir rennen dann auch wieder am Teleskop dann vorbei. Spamstolkhaus nach rechts, Interaktionsmenü. Auf Stil das Outfit auswählen, was wir uns dann gerade abgespeichert haben. Und dann werdet ihr sehen, dass jetzt auch die Maske auf das Outfit draufglitscht. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt noch einen schwarzen Fallschirm anziehen. Das Outfit dann noch einmal final abspeichern. Und fertig ist das Outfit. Für den zweiten Glitch werde ich euch zeigen, wie ihr die Checkerboard Hose bekommen könnt. Dafür begeben wir uns einmal zu den Hosen, zu den Cargo Hosen. Kaufen uns dort die weite blaue Cargo Hose. Gehen dann weiter zu den Schuhen, zu den schweren Stiefeln. Und dort kaufen wir uns die aquablaue Tarn Schneestiefel. Dann gehen wir wieder zurück zu den Hosen, zu den Cargo Hosen. Und dort werdet ihr sehen, dass wir uns jetzt auf Position 1 die Broca Schachbrett Hose uns kaufen können. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt noch irgendwelche Schuhe anziehen. Das Outfit euch so umgestalten, wie ihr haben wollt. Ja, dieser Glitch funktioniert aber leider nur für die Playstation 5. Und ja, fertig ist der zweite Glitch. Für den nächsten Glitch werde ich euch zeigen, wie ihr den grünen Fallschirm bekommen könnt. Dafür müsst ihr euch einen Job markieren. Die Jobmarkierung werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Habt ihr euch den da markiert, dann geht ihr einmal auf Deathmatches und dort startet ihr den Job Green Death. Jetzt müsst ihr euch entweder irgendeinen Freund oder einen Random einladen. Dort im Jobmenü braucht ihr auch gar nichts umzustellen. Ist der Freund beigetreten, können wir den Job starten. Sobald der Job gestartet ist, steigen wir in ein Helikopter ein. Einfach eine gewünschte Höhe erreichen, aus dem Helikopter rausspringen, den Fallschirm ziehen. Sobald wir jetzt auf dem Boden angekommen sind, öffnen wir es in der Aktionsmedien. Dann gehen wir auf Stil, gehen dann runter auf Rennoutfits, switchen dort einmal rechts links. Und dann können wir den Job ganz einfach wieder verlassen. Jetzt sind wir in der Lobby angekommen, werden wir uns dann einmal als CEO registrieren. Dann gehen wir auf Verwaltung, auf Stil, switchen einmal das Outfit rechts links. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt den Fallschirm auf eurem Outfit habt. Für den nächsten Glitch werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr die schwarze Duffelback bekommt. Das Ganze machen wir mit den neuen DAX-Missionen. Und dort braucht ihr euch dann einmal die zweite Mission von der ersten Dosis. Die Mission heißt, einer muss ja fahren. Die starten wir dann einmal, könnt ihr auch solo starten. So, wir müssen jetzt einfach nur ein Foto von dem Plan machen. Als nächstes können wir dann die schwarze Tasche einmal einsammeln. Drücken, steu kurz nach rechts. Haben wir die Tasche eingesammelt, öffnen wir das Interaktionsmenü. Dann gehen wir auf Stil, auf Accessoires, wechseln einmal die Handschuhe. Und dann können wir den Job ganz einfach verlassen. Und ja, jetzt in der Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt die schwarze Duffelback auf unserem Outfit haben. Und die Duffelback jetzt abzuspeichern, wir geben uns einfach zum Strand. Einfach eine gewünschte Höhe erreichen, vom MK2-Bike oder Helikopter abspringen. Den Fallschirm ziehen, einfach Richtung Maskenladen gleiten. So, einfach dagegen klatschen. Dann steu kurz nach rechts durchspammen, dann werden wir ins Menü reingeladen. Als nächstes speichern wir das Outfit dann ganz normal ab. Und fertig ist der nächste Glitch. Für den nächsten Glitch werde ich euch zeigen, wie ihr von dem Raumanzug das Oberteil ändern könnt. Dafür geht ihr einfach auf Arena War, dann zu den Retro-Raumanzügen. Kauft ihr euch dann irgendeinen Raumanzug, wovon ihr dann die Hose und den Helm hinterher haben wollt. Habt ihr das gemacht, dann öffnen wir einmal das Interaktionsmenü. Dann gehen wir auf Stil, auf Aussehen verändern. Jetzt hier im Charakter-Creator gehen wir einfach auf Bekleidung, runter auf Crew-T-Shirts und dort könnt ihr euch jetzt irgendein Crew-T-Shirt aussuchen, welches ihr haben wollt. Das funktioniert leider nur mit den Crew-T-Shirts. Habt ihr das gewünschte T-Shirt gefunden, einfach wieder auf Zurück gehen, Speichern und Weiter. Dann werden wir wieder in die Online-Ruby reingeladen. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch jetzt noch irgendwelche Handschuhe, das Outfit euch noch so umgestalten, wie ihr das haben wollt. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.